Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Let's Play Unepic Grinding mit dem Daniel. Ja, genau, danke schön. Kurze Erklärung für dieses Grinding. Wir müssen Level und Erfahrung sammeln, da wir im Level 2 natürlich zu nubig sind. Und ja, wir brauchen einfach den Flow. Oh, deswegen machen wir das jetzt hier einfach mal zu zweit ein bisschen leveln und so. Ja. Wir werden die ganzen Dialoge einfach mal überspringen, da ihr das Ganze ja schon im Let's Play gesehen habt. Das rendiert sich sowieso nicht. Genau. Wir wollen sowieso so schnell wie möglich durch von dem her. Genau. Wurscht. Wir werden jetzt einfach viel Scheiße labern, wahrscheinlich nebenher. Und er hat es immer noch nicht gelernt. Ja. Äh, genau, viel Scheiße labern nebenher und leider nicht viel Story. Wie gesagt, das ist nur ein Grimpen. Genau, wir müssen einfach nur Level sammeln. Level sammeln. Genau, schauen wir mal wie weit wir kommen. Die liegen ja einfach so rum. Magische Essenz. Oh. Ich habe hier erst rausgefunden. Wenn der Gelbe Zauber zaubert, dann teleportiert er sich. Und wenn er Lilla Zauber zaubert, dann schießt er. Ah, okay. Gut zu wissen. Ich glaube, wenn wir die Dinger, äh, anmachen, dann bringt das nicht viel. Aber egal. Keine Ahnung. Ja, dann sehen wir wenigstens was. Ja, Mannimo. Wir halten jetzt wesentlich mehr aus als Must-Level. Das ist ganz gut. No. Fail, fail, fail. Dann hole ich doch glatt mal den Bogen raus. Du willst gerade für die Pfeile verschwenden? Lass den Scheiß. Spar dir die Pfeile für den Boss nachher. Na ja, brav. Ist mir mit's egal gewesen. Ja, dir schon. Ja, nee, in der einen Waffenkammer gibt's ja genug Pfeile. Richtig, das müssen wir auch nochmal machen. Lalalala. Ja, wir machen mehr Schaden als beim Osten Pfeile. Ja. Minimal. Da ist mir jetzt auch egal, wenn die mich ein bisschen treffen. Oh, vielleicht auch nicht. Mhm. Was waren das da auch nochmal für eine rote Globel? Ähm. Ah ja, der hat den Raum da unten, glaube ich, freigeschaltet. Ach, richtig, ja, mit der tödentlichen Küste. Tödlich. Ja, versuch's. Haha, ausgedrückt. Achso, da ist gar nichts drin. Nein. Okay. Oh, ich bin übrigens bald gleich tot. Ich führ mir nur kurz auf. Einmal obenrum. Ja, ich hab roten Schleim. Ja, ich hab Schleim. Einer oder zwei. Also nur einer. Aber ich glaub, demnächst kommt er wieder. Was war das? Ich hab keine Ahnung, ich hab sie weggeschnappt. Ah, super. Ne, ich glaub, das war ein Dolch. Das hast du. Das war ein Dolch. Sowieso scheißegal. Das, was wir da hane kriegen, ist eh schlechter, wie das, was wir haben. Ja, das stimmt wohl. Toll. Okay, du musst zwei, weil ich bin tot. Passt. Äh, rolle, rolle, rolle. Ich hab eher einen Speicherpunkt hier in der Nähe, weißt du, deswegen. Ich mach zuerst einen. Ja, genau. Reib's mir in die Nase. Ja, du wirst den nächsten bekommen. Darauf kannst Gift nehmen. Ähm, nee. Will ich jetzt nicht so. Ich glaub, ich hab grad... Nee, ich hab grad einen, äh, Speicherpunkt entdeckt, wo wir nie gefunden haben vorher, glaub ich. Nein. Doch. Hier ist nämlich noch einer bei den, vor den Türen. Spitzenklasse. Epic. Unepic. Entschuldigung. Synchron. Zauberstab. Streitkogen. Den kann ich brauchen. Oh. Haha, die rennen alle zu dir. Daum. Da, 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 da. Daum. War das immer schon zu viel? Ja. Oh. Bin tot. Oh, schön. Ja. Dann nimm dir den Speicherpunkt bei den drei Türen. Ja. Da geht eine Leiter, äh, zwischen der ersten und der zweiten Tür nach unten. Ja, ich lauf jetzt mal ganz von vorne. La la la. Hehe. Voll witzig. Nicht. Alter. Alter Warte vorher auf mich mit töten, gell? Wegen Erfahrung Achso, stimmt Ja, dann kann ich jetzt nur springen, gerade Ja, dann tu das Das sind ziemlich viele, beeil dich Ach, fuck Ja, jetzt bin ich auch tot, jetzt darfst du warten Nö Hast du den Speichelpunkt gefunden? Ja Nice Dammit, das ist ja gar kein richtiger Ziel, das ist wieder so ein Fall Ich fall durch die Tür So, bin da Oh, du sterb eh gleich Warum? Weil ich da eingekesselt wurde Achso, ging es mir auch So, jetzt kommen ja eh die zwei Selge, glaub ich Genau Haha, Edge Wieso? Weil ich die weggeschnappt hab Wayne Direkt dahinter ist nochmal einer Ich hab jetzt auch einen Bogen Geht's jetzt Oho Ich bin tot Ja Ja, hast ja nicht weit Achso, ich soll ja warten wieder Ja Ah Mist Das war ein Schlag zu viel für den Okay Ja, da lag noch was Hier geht's noch hoch Was ist da? Ah, da geht's glaube ich weiter Ein Speer Und Streikholben Schade, dass wir hier nichts verkaufen können Moment, den Speer, den äh tue ich doch tatsächlich mal accom Achtung, Bombenfutz Ah ne, das sind ja keine Bombenfutzstoffen Die können wir schon glauben jetzt mal ...das sind dem Anderen zusammen drauf knallen dann haben die gar keine chance ne dann kommen sie auch nicht näher wenn wir genug drauf haben fix sie 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 sie